Hallo Leute! Forscht und konstruiert ihr gern? Seid ihr voll kreativ? Denker oder Macher? Oder eher Kaufmann? Oder voll Öko? Wisst aber nicht so richtig, was geht? Ihr denkt euch, Verpackung? Yes! Aber was ist mit der Umwelt? Ihr wollt am liebsten krass die Welt verändern. Aber irgendwer muss auch die Bude bezahlen und den Urlaub. Das geht! Bei uns kannst du Verpackungen entwickeln, nachhaltig arbeiten. Hier gibt's nicht nur Theorie, sondern du arbeitest direkt am Produkt. Du hast deine eigenen Forschungsprojekte. Beim Studiengang Verpackungstechnik geht nämlich so gut wie alles. Grundlagenverpackung und Naturwissenschaften, Materialwissenschaften und Verpackungsprüfung, Verfahrenstechnologie, Projektmanagement, Gestaltung, Verpackungsdruck, Verpackungsentwicklung, Logistik, Nachhaltigkeit, Integriertes praktisches Studiensemester. Und dann? Dann bist du überall dabei. Du kannst was tun gegen den Verpackungswahnsinn. Verpackung ist nicht gleich Verpackung. Sonst kannst du einpacken. Schlechte Verpackungen gehen gar nicht. Du hilfst dabei, Wutanfälle zu reduzieren. Und im Krankenhaus ist es auch ganz schön, wenn die Spritze immer originalverpackt und steril ist. Und wo kannst du das studieren? Na, eigentlich überall in Deutschland. Und wer gern jodelt? Uns gibt's auch in Österreich.